Oh, der will uns nicht mit uns sprechen. So. Tja. Die habe ich alle kaputt gemacht, die Dinger. Diese Wasserteile. Tja. Moment, ist das doch... Ich glaube nicht, dass das ein komischer Turm ist. Hm. Hm, 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 hm. Hm, hm, hm. Tja. Und nun? Ich quatsche nochmal mit dem Spacken hier. Vielleicht hat der doch noch irgendwas für uns. Was für Regen? Schweinetore befinden sich an den verschiedensten Orten. Vergewissert euch, dass ihr sie alle findet. Was für Schweinetore? Oder meinte Taschen. Das ist komisch. Hast du vielleicht jetzt noch irgendwas? Wenn du mit einer Waffe wie dem Haken vor dir tastest, findest du vielleicht, ob das zerbrichtlich ist. Was? Das ist alles so komisch. Ich muss nochmal hier... Ich finde es auch ein bisschen blöd, dass da nicht irgendwie noch was dabei geschrieben steht, so. Ja, das mit den Schweinen, das ist halt noch so eine Sache, ne? Ich hab so die schönen Taschen, aber ich weiß nicht, wie ich zu den Schweinen komme. War eben noch irgendwas, meine ich, was wir noch machen konnten. Da kann ich überhaupt nichts mehr mit anfangen. Eisbonbons. Ich würde sagen... Moment, wo war das denn? War das nicht hier? War das nicht hier? Wo die Vögel... Ja, genau. So. Ich möchte mit dir reden, genau. So, was war nochmal deine Aufgabe? Die nächsten Diener der Nikishi-Vögel sind die Weissschwänzigen Weißis. Sag uns Bescheid, wenn du ein paar... ... ... ... Ich bin total verwirrt. Ähm... ... ... ... ... ... Achso, weil ich... ...ja, das wäre auch ein bisschen blöd. Also die Weissschwänzigen. War die Weissschwänzigen nicht in den Donglingwald? Ich seh' ich seh' ich nix. Waren die da nicht? Ich flieg' da jetzt einfach mal hin. Das ist irgendwie total verbuggt, mit dem Hund hier rum zu fliegen. So, ich weiß nicht. So gut, dass ich jetzt verstanden habe, wie das geht mit dem Hochziehen, ne? Oh, da ist noch ne weiße Kiste. Da zieh' ich ja jetzt erst. Ja, leck' mich doch. Äh... Oh, so Mist. So, was hat's eigentlich mit diesem Ding da auf sich? Das sind alles... ...Fragen... ...Fragen über Fragen. Also, oh, noch eine weiße Kiste. Zaubersaft. Ja, das weiß ich auch nicht. Oh, da kommt noch einer an. Wie? Jetzt komm' ich hier nie hoch. Alter, das ist ja der Wahnsinn. Jetzt komm' ich hier nie hoch. Okay. Ich muss mir auf jeden Fall merken, ich muss da noch hin. ...Hin... ...Hin... ...Uah, Gottes Willen. Oh, Musik! Mir wurde gesagt, ziemlich am Anfang des Let's Plays, wie man das beheben kann. Du bist doch ein Weissschwanz, oder nicht? Boah. Ich bin ein... ...Weissi. Ein fröhlicher Weissi. Das bin ich. Wie? Du hast etwas für mich? Hab' ich das? Ha! Du hast ein paar... ...Nishiki-Vögel. Das ist meine Farbkombination. Ich geh' sofort los. Du kannst auch mitkommen. Du wirst etwas Tolles sehen. Gut. Da war ich ja doch nicht so blöd. Aber ich hoffe mal jetzt nicht, dass wir jedes Mauserhaus ablaufen müssen. Das wäre nämlich blöd. Ähm... Jetzt möchtet ihr aber erstmal wieder groß werden. Und dann möchte ich noch gerne die rote Kiste da... Aufmachen. Die rote Kiste. Da war eine. Ich seh' nichts. So. Die war nicht hier, sondern die war noch eins vorher. Nicht hier. Was hat das mit dem Kartoffelkäfer da auf sich? Hier auf der Ebene war das. Oh, da ist ja noch eine. Und ich bin tot. Glaube ich. Oder nicht? Da war... ein Glück. So. 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 Komm, geh runter. Klick. Aber die da oben möchte ich gerne noch haben. Eine Feder. Ich brauche jetzt nicht mehr. Hier ist nix. Hier ist nix. Ähm. So. Jetzt müssen wir wieder... in den Wassertempel. So. Und da müssen wir jetzt wieder nach der oben... Ach. Ich verstehe nicht, warum es im Wassertempel nicht zwei Punkte gibt. Einmal der Tempel und einmal das drumherum. Das wäre sehr nice. Äh. Äh. Ach genau, wir wollen die... den Schwimmeranzug wieder anziehen, weil sie uns ersaufen war direkt wieder. So. Ja, komm. Und dann stirbt. Ist gut. Weiter, 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 weiter. Huch. So. So. Jetzt sind wir hier oben. Jetzt müssen wir uns wieder klein machen. mit dem Minitarpilz. So. Jetzt bin ich mal gespannt, was passiert. Was gibt's hier zu sehen? Ah. Wo ist der denn hin? Hä? Hey. Ihr seid hier genau richtig. Na gut. Ruhe zusammen. Was ist das? Diener, die ist nicht... Diener, die ist nicht... Ja. Das haben wir fertig. Das ist schön. Okay. Du bist auch ein Diener. Der Tempel zählt auf dich. Und euch. Vielen Dank für eure Hilfe. Etwas wunderbares wird gleich geschehen. Die neuen Diener können es euch erklären. Was? Und du bist jetzt einfach weg. Oder was? Der Steinblock liest alle Daten aus dem letzten Tombi-Abenteuer. Dass es blöde ist... Haben wir nicht. Wenn du ältere Daten hast, werden diese wiedergegeben. Lasst uns den Blog mal zuhören. Ich hab leider keine alten Daten. Weil die auf der Memory Card sind. Ja. Schade. Wie war die Ahnung? Aber wenn deine Speicher-Daten aus einer... ...aus einer niedrigeren Stufe sind... ...was... ... pueden' nichts lesen. Scheintens als bräuchtest du höher-stufige Spiel-Spieler-Daten. Ach so... Na gut, aber... Schade. Ich hätt's über meine Pleaser 1 spielen sollen. Aber, was war denn da überhaupt das Problem, warum ich das nicht machen konnte? Ich weiß es gar nicht mehr. In irgendeinem Grund musste es gehabt haben, dass ich nicht über die Pläser 1 gespielt habe. Ja, jetzt stehe ich schon wieder vor dem großen Rätsel. Was mache ich denn jetzt? Tja, Sequestion ist Worte, Sequestion. Stimmt, hier war ja noch was. Habe ich noch irgend so ein Ding bekommen? Was, wofür kriegt man die überhaupt? Ein Loch in... Oh, mein Schwangerluss ist. Ah. Hier waren wir ja schon. Ja. Weiter weiß ich jetzt nicht. Ich würde auch einfach mal sagen, ich mache hier Poissken. Und... Ich werde mich erst mal strecken. Ja, keine Ahnung. Also beim nächsten Mal werde ich auf jeden Fall versuchen, alle Wasserdinger kaputt zu machen. Und dann muss ich mal gucken, was dann passiert. Ich finde das nicht so gut, wenn wir nicht viele Aufgaben haben, die wir lösen können. Ich bin lieber vollgestopft und kann mich nicht entscheiden, als kaum welche zu haben und nicht wissen, wie man weiterkommt. Ja gut, dann hoffe ich mal, dass euch die heutige Aufnahme gefallen hat und dass wir uns beim nächsten Mal wiedersehen. Tschüss!